Können ja mal gucken, ob wir unsere Perks noch haben. Ja, haben wir noch. Wir haben noch alles. Ach ja. Das ist ein Ding. Okay, doch, gleich wieder los. Ist da so Fortsetzen angemacht, ja? Ja, ja. Anscheinend habe ich wohl doch gedrückt. Ja, ist so nice. Boah, diese Scheiß-Vampire, ey. Ja, die hast du hier. Boah. Boah, ich habe schon mal mit der Pistole versucht, aber das ist ja... Alter, das geht hier ganz schön ab. Aber die droppen ganz gut hier. Alter, diese Scheiß-Drohne, ey. Das gibt es ja gar nicht. Ich habe auch zwei jetzt losgelassen. Mhm. Ah, auf die habe ich gerade geschossen. Sehr gut. Die zwei sind von mir. Ah, super. Ich könnte dann später auch mal eine loslassen. Ja, der hat gesessen. Endlich mal wieder Star Wars Feeling hier. Wie war ich die schon vorgelaufen? Bis hier hinten war noch voll die Action. Echt? Ja. Ja. Aber jetzt ist schon vorbei. Hä? Ich habe gar keinen mehr gesehen. Ich bin da rumgelaufen. Tja, wieder so ein fetter... ...vetter Mech da hinten. Oh. Alter, der ist aber... Der sieht so aus, als wenn wir da einsteigen müssten. Hih, diriii. Aber ich habe da... Habe ich nicht noch tehn. ich habe auch noch mal zwei drohnen gestartet sehr gut jetzt muss man ein bisschen alarm machen hier aber ich gehe ja mal ein bisschen alarm machen sagt sagt der nächste bitte immer schön noch mal was einsammeln hier ist auch eine kiste tnt war das nec4 ach misst das war wieder so eine unendlich kiste da hätte man richtig stimmt die c4 kiste kann man öfter aufmachen machen wir das doch gleich mal zu wieder auf ich frage mich wie man auf diese kisten hier kommt da oben ist auch wieder was hier auf dieser räuberleiter machen vielleicht was kann es auch nicht drauf stehen ja ich kann mal in deine richtung kommt hier oben drauf ist was stimmt ja versuche mal auf meinen kopf zu springen dann drauf geht das spring nur durch die hindurch irgendwie guckte ich mal hin genau das ist nicht kann man es vielleicht runter schießen oder so ich weiß gar nicht wie man da so hin kann es gab jetzt schon an ein paar stellen wo man so hoch musste ja war es echt merkwürdig vielleicht kriegt man irgendwann zusatzpunkt dass man so einen kleinen rucksack booster kriegt oder so wir fahren glaube ich wieder mit den dingern auch herrlich das ist ja wieder geil also man kann nur einen fahren ach so wir fahren einen zusammen wieder ja ne du fährst einen alleine ok drin treppen sind alle kaputt aber deine treppe die wüsten da hochgekommen ich bin einfach ich bin hingegangen und dann stand da mit e einsteigen und dann ach ja okay alles klar ja stimmt passt weg hast du auch einen? ja jetzt hab ich auch einen ah super komisch bei twitch wird wieder nur einer angezeigt das ist ja seltsam ja ist ja auch nur einer ja äh mein charakter und deiner also ich meine ich hatte noch nicht an ah ok alter diese bombentypen wie die schreien das geht so ab zack letzte bot hat aber nicht so gewackelt finde ich der wackelt hier der bildschirm wackelt so krass ja finde ich auch alter das sieht voll geil aus wenn du an mir vorbeiläust ja ist schön ich habe auch gelesen das ist ja ein kroatischer entwickler ne also kommen aus kroatien das weiß ich nicht weil du im nachbarn landen musst dann kannst du mal vorbeigucken oh die kommen schon wieder aus allen richtungen ja das stimmt ja das stimmt da unten kommt schon wieder angelaufene mann 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 ja ein tod schießt kommen wieder zehn zur beerdigung genau aber wenn ich zombie gewesen wäre hätte ich mich irgendwo hinterm baum gehockt und hätten Apfel gegessen das ist ja hier noch gar keine chance gegen uns das stimmt das stimmt alter das laufen ist auch krass ne wie schnell ja am berg hoch laufen ja ist auch nicht schlecht ja hier hakt da ein bisschen das ist eigentlich eine lebensanzeige bei dem boom äh ich glaube unten ist äh sind so vier fünf striche ach die düner aber bei mir sind die scheiben schon kaputt wir haben mal zu karglas fahren alter auch fett da unten aber die vertragen aber ordentlich hier ja aber die zunge raus strecken ja ja da legst die nieder aber das sind gar nicht schlecht ja aber der kann immer ein stück geradeaus laufen ne so äh schnell laufen meine ich nein dann ist vorbei aber das sieht echt komisch aus jetzt ist bei mir das licht ausgegangen und dann ich rausgeflogen ja du mir gemeint aber ab und zu ruckelt es ein bisschen wenn man läuft ne also wenn man schnell läuft ja bei mir geht es aber bei mir ruckelt es eigentlich also naja ich habe eh nicht glaube ich ganz flüssiges bio hm oh fertigkeitspunkt o der ao er im 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 So I'm heading for the town, took out a bunch of Gnar, Gnar, Gnar's? Was kann ich, ob es da irgendwie noch weiter geht oder irgendeine Nebenmission oder so gibt? Naja, wir haben jetzt dasselbe nicht so wirklich angeguckt. Ich bin mal hier einfach dabei. Jo. Ist aber auch ein sehr schnelles Game, muss man echt sagen. Ja, definitiv so. Das ist eine große Haube. Wie Ackermann. Hm. Ne, hier ist leider nix. Oh. Hat sogar geklappt hier runter zu fallen. Ja. 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 Ja, ich glaube auch, weil hier es... hier gibt es ja einiges irgendwie an das mal looten könnte da oben kommt einer angelaufen was ist das für einer wir haben eine neue waffe gekriegt aua ach so einer ist das neue waffe ja ist auch cool stimmt die nutze ich auch gerade das krasse teil in der mitte war so eine neue waffe weiter wie die zerplatzen hier ein bisschen energie einsammeln sehr gut ich bin doch echt anderen arsch geschossen jetzt kommen da hinten hier da oben kommen jetzt die horn angerannt alter ich muss ich mal treffe das gibt es ja gar nicht hey jetzt echt geschafft an mir vorbeizulaufen ich weiß wie die explodieren wir müssen noch ein bisschen aufpassen hier das gibt es ja nicht irgendwas auf sie sie es es sie 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 Vielen Dank.